Mit 10.43, sicher nicht das, was er erwartet hat. Dann Kamali Brown auf der Bahn 6. 9.93 aus dem letzten Jahr, dieses Jahr steht seine legale Saisonbestzeit bei 10.11. Dort Verteilung von innen nach außen noch einmal. Andrew Fischer, Ernesto Carter, Asafa Paul, Kim Collins, Alex Wilson und Kamali Brown. Je nachdem, wo man die Informationen hernimmt, wird sein Name ein wenig anders geschrieben. Für das Meeting hier bei Castelli in Bellinzona wäre es natürlich eine super Sache, würde Asafa Paul hier eine Zeit unter 10 Sekunden auf die Bahn bringen, dass das möglich ist. Gezeigt, Start ist geglückt, gut weggekommen, Kim Collins und auch Asafa Paul, der sich nun durchsetzt auf Platz 2. Nesta Carter, Kim Collins auf Bahn 3. 9.88, was für eine Zeit für Asafa Paul. Also, 9.88, das gibt eine weitere Kerbe auf seinem... ...gesund bleibt. Also, ein super Lauf von Asafa Paul, 9.88. Eine Konstanz, die dieser Mann an den Tag legt zwischen 9.81 und diesen 9.90. Also, sehr gut, auch hinter ihm ein Duell. Nesta Carter auf dem zweiten Platz, Kim Collins auf dem dritten Platz. Kim Collins ist 10.11 gelaufen. Am Start konnte Kim Collins, Asafa Paul noch Paroli bieten, doch nach 20, 30 Meter ist dann die Beschleunigung des Mannes aus Jamaika, doch um einiges besser als diejenige von Kim Collins. Also, 9.87, offiziell für Asafa Paul. Und dann auf Platz 2 mit 10.05 ist es dann Nesta Carter und Kim Collins.